Pistazien Lemon Loaf. Oh mein Gott, schaut euch mal bitte an, wie fluffig und lecker dieser Kuchen ist. Und er geht total einfach. Ich zeige euch jetzt, wie es geht. Ja, das war Spinat, aber das wird man später nicht rausschmecken. Das verspreche ich euch, aber der gibt dem Kuchen diese wundervolle Farbe. Der Kuchen geht wirklich mega easy. Einfach alle Zutaten aus der Beschreibung in eine Schüssel schmeißen. Danach ab in den Ofen, schließlich die Glasur, zaubern. Schaut mal bitte an, wie lecker der aussieht und dann könnt ihr es schon genießen. Boah, ich will jetzt ein Stück haben.